Der Sommer kommt immer näher. In unseren aktuellen Ausgaben widmen wir uns deshalb unter anderem dem Thema Sonnenschutz. Außerdem werfen wir in das Einfamilienhaus einen Blick in die Zukunft und verraten, wie Häuser aus dem 3D-Drucker entstehen. In der neuen Ausgabe von Umbauen und Modernisieren zeigen wir einige Renovierungsideen für alte Häuser, darunter auch ein kleines Schloss am Wörthersee. Und in der neuen Ausgabe von Haus und Mensch dreht sich wieder alles um das wohngesunde Leben. Wir stellen spannende Wohlfühlhäuser aus Holz vor. Außerdem haben wir wertvolle Tipps fürs Kinderzimmer und die richtige Wahl von Möbeln, Farben und Stoffen. Neugierig geworden? Schauen Sie doch mal rein und lassen Sie sich inspirieren.